Er ist ein Vampir, der schon seit Jahren unter den Menschen lebt. Er befindet sich meistens in Gesellschaft seiner weiblichen Gefährtin Hart, ebenfalls ein Vampir. Der Auftrag gilt nur für den männlichen Vampir-Herrn, aber vermutlich werdet ihr es auch mit seiner Gefährtin aufnehmen müssen. Passt um Cities Willen auf euch auf! Gute Jagd! Gute Jagd! Gute Jagd! Gute Jagd! Tja! Was ist das? Was ist das? Letzte Warnung! Sieh an! Was haben wir denn hier? Ein verirrtes kleines Lamm? Ach, die Bruderschaft ist also hinter dem alten Herrn her, oder? Dann begegnen wir uns auf gleicher Augenhöhe. Fuss Roda! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020